Hey Leute und herzlich Willkommen zurück zu Beyond Good and Evil im Aufzugsschacht, musste ich gerade am Speicherpunkt feststellen, aber das sind wir immer, die sind ja echt hier in diesen Aufzügen und ja, das letzte Mal sind wir hier rüber gesprungen und haben dann gemerkt, dass wir hier diesen Fußspunnen von diesen Reaper, dieser Seelenfresser, habe ich das richtig verstanden, ja, ne? Seelenfresser ist, kann ich eigentlich hier runterfallen? Ne, hier ist eine unsichtbare Wand, okay, also wir müssen irgendwie den Aufzug reparieren und dafür... Das ist schon mal gut, aber wir brauchen noch eine Sicherung, du kommst jetzt mit, ne? Ja, du läufst jetzt nicht hier. Okay. Ja, hier das Kabel ist halt irgendwie durch, was ich mich aber halt frage, wenn das Kabel doch durch ist, wie soll denn hier die Sicherung dann noch weiterhelfen? Ich weiß, das ist ganz ehrlich nicht, aber wir gehen doch einfach mal... Wir können da lang und wir können hier lang. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier lang und dann später da lang. Hier geht's runter. Und da hinten? Kann, ist ja... Da geht's auch noch irgendwie lang. Ich nehme an, da kommen wir irgendwann mal runter. So, geht's da lang. Da geht's auch nach unten. Elektrikraum, was stand da hinten? Ich habe keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Okay. Ei, 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 ei. Okay. Aufpassen. Du kommst, ne? Und da? Okay. Dieses alte Schwein kann vielleicht nicht fliegen, aber es läuft immer noch wie ein Frischling. Der Ventilator. Er stellt den Kontakt... Ups. Er stellt den Kontakt her? Ah, da. Okay. Aber erst mal... Erst mal hier. Nein! Oh, ich will nicht... Ich möchte gerne hier... Kamera... Hallo, Kamera... Bitte... Benutzen. Konto, Identifizierung... Okay. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie... Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie... Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Man könnte ja eigentlich in der Regel mal was essen. Ähm... Hier! Danke. Ich wollte das selber essen. Aber ist egal, hauptsache, er hat auch mal was. Okay, also hier können wir jetzt nicht wirklich was tun. Kein Saft. Was? Los geht's! Was kann ich denn... Kein Saft drauf, Jade! Ich kann ja... Ich kann... Ja, ich will... Ne, ich spoiler jetzt nicht. Aber ich kann das noch nicht machen. Ich muss... Oder wo komme ich das denn hier? Ratten habe ich ja... Fotografiert, ne? Ja. Ne, noch kann ich es nicht machen, weil wir bekommen ja noch was dafür. Gehen wir mal in den anderen Raum, vielleicht geht das da... Oder bekomme ich vielleicht... Vielleicht bekomme ich das, was ich brauche, da. Das heißt, ich page gerade wehgetan. Ähm... Die Steuerung. Natürlich verkehrt denken. Mit dem Controller geht das, aber mit dem Tastatur ist das echt schwierig. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr traurig, dass das Ganze hier nicht mit dem Controller läuft. Gehen wir mal hier. Keine Ahnung, wo es jetzt hinging, ob es hier auch einen Elektrikraum gibt. Hier gibt es den Westflügel. Okay. Lastenaufzug direkt voraus, Jade! Serviceaufzug. Drücken. Oh mein Gott. Ich habe gerade überhaupt nicht gecheckt, dass da irgendwelche Gegner kommen. Wow! Die greifen ja einen direkt an. Oh, das ist ja scheiße. Ich wollte ganz gerne meine Spezialattacke machen. Was ich aber nicht so wirklich machen kann, weil ich sie nicht mal aufladen kann. Und die Sechsviecher direkt... Na komm her! Du bist das Letzte. Gut. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Ja, ich gebe dir gleich strahlendes Lächeln. Ich habe mir vor, die aufgetaucht sind, hier hinten noch was gesehen. Und zwar ist hier noch ein Schalter. Den können wir auch drücken. Und hier gibt es ein Labor. Okay, was gibt es hier im Labor? Jade! Sieh mal die Spuren! Er muss hier irgendwo sein! Und er hat bestimmt Hunger! Ja, wie... Du weißt, diese Viecher lieben Schweineländchen! Oh Mann. Wie komme ich denn da durch? Im Moment nämlich irgendwie... ...gar nicht... Die Ratze, ey. Wie komme ich denn... Paige, wie komme ich da durch? Weil ich glaube, ich kann diese Röhren... Die kann ich ja nicht... Doch, kann ich wohl. Halt, 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 halt. Hush. Ich glaube, ich muss die in die Ecken hier schieben. Was los? Und dann leitet die den Strom um, glaube ich. Hey, und ich dachte, du hättest nur ein hübsches Gesicht. Ich habe auch was im Kopf. So. Das ist der Kühlraum. Hier lagern sie ihre ekligen Nutri-Pillen. Uäh, was ist das denn? Nee. Habe ich schon. Wieso gibt mir das einen Stromschlag, das Vieh? Warum liegt hier eine... Äh, hier liegt eine Kuh. Was ist hier drin? Eine Perle! Lol. Ich habe die Ratte zu treten. Ja, sehr schön. Kiemen wir hier eine Perle. Das ist natürlich nice. Kann ich die Kuh fotografieren? Da ist es eine Mücke. Wie cool. Danach kriegen wir auch wieder eine Perle. Aua! Was tut uns denn hier weh? Naja, ist egal. Wir haben eine Perle gekriegt. Bin ich sehr froh drüber. Und jetzt können wir in diesen Aufzug rein. Und ich glaube, wir müssen Paige zurücklassen. Irgendjemand muss ja die Tür zumachen. Nein, ich habe nicht auf die Ohren, die ich aufgenommen habe. Okay. Jetzt bin ich natürlich drüber. Wo willst du hin? Ich sehe mich da drüben mal um. Okay, okay. Ich sitze wohl hier fest. Zeit vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Können wir ihn nicht irgendwie holen? Mit so einer... Aua! So, das Ding müssen wir einfach nur da reinschleudern. Und dann können wir ja nicht auch schon weiter... Okay, ich nehme an, dass ich hier den Gegenstand bekomme, den ich für... Oh, fuck! Das ist Double Age! Und was ist das? Das Vy hat uns doch angegriffen, das da oben. Schnell ein Foto von Kot machen. Ich brauche mehr Beweise, Shawnee. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Hier, ich habe Double Age gefunden. Das war's, Shawnee. Ich leite das Foto an die Gouverneurin weiter. Sie wird dir den Code für den Verschluss schicken. Alter! Das sollte funktionieren, aber Vorsicht! W7D6, okay. Gott, die Musik... Also diese Stimmen... Ja, geil! Das ist unser Gegenstand, den ich brauche. Auch für unten. Ging da früher mit den... Ähm... Umschalttaste... Nutzen? Ah, okay. Das ging doch mit der Kamera. Jetzt können wir nämlich pinke CDs werfen. Oh, bist du okay? Sie... Sie... haben mein Gehirn weich gekocht. Bist du unser Kontakt? Bist du Double Age? Nein, weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Sie... Frau Iris... Jade. Mein Name ist Jade. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich... behilflich sein. Also bist du Double Age. Double Age, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur noch 10 Minuten länger und ich wäre Geschichte. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Cyrus. Jade. Mein Name ist Jade. Zu diensten, Miss Jade Cyrus. Eieieiei, der ist ein bisschen durch den Wind, der Gute. Cool, noch eine Perle. Und später kriegen wir noch eine Perle. Das ist natürlich super. So, hau mal rein hier. Ähm... Jetzt haben wir ihn gerade wiedergefunden. Er hat sich gerade in den Tod gestürzt. Das ist natürlich auch ziemlich blöd. Ähm, so... Die Steuerung, die ist auch... So... Naja, ne? Ähm... Paige? Äh... Jade? Wie... Wie zum Teufel. Wieso? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Er hängt da unten. Wie geil ist das denn? Miss Harris? Keine Angst. Alles in Ordnung. Ich finde einen Weg hier. Eieieieiei. Okay. Ich kann hier speichern. Das werde ich auch direkt tun. Falls nämlich wieder das Spiel meint, es müsste mittendrin ausgehen. So. Weiter geht's. Aufzugsraum. Jetzt müssten wir eigentlich an der einen Stelle sein, wo ich dachte, da kann man auch noch unter. Die Kamera, ne? Wenn die direkt drehen würde. Das wäre so geil. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir wieder da, wo wir... Paige. Äh! Äh! Oh nein. Halt durch, Jade! Jade-Kruz-Attacke! Hau ab! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, 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 Hilfe! Au! Oh Gott! Ich müsste das mal... Ey, es ist egal. Jetzt habe ich so viele. Wow, 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 wow. Bringt sowieso aus, jetzt gar nichts? Nichts! Schnell, 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 schnell! Ins Auge! Jetzt kommt er wieder- oh! Jetzt bin ich in seine Fußstapfen reingetreten! Okay, das war gut. Oh man, warum haut er denn ab? Ist er schüchtern? Ach, ich muss eh ein Foto machen! Ja, anscheinend ja nicht. Ja, ist gut! Ja! Gut! Gib mir die Perle und hau ab! Ich bin hier mitten im Kampf, Mädel! Ja, dankeschön! Uah! Ah, scheiße! Wo bin ich? 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 Jetzt bin ich mir... Wie steckt er denn ein? Was macht er denn jetzt? für eine Scheiße. Och, Junge. So ein bisschen verarschen willst du mich, oder? Oh. Was solltest du denn? Ich würde mich hier verwirren. Ja, war klar. Och. Komm schon. Ach, das ist doch jetzt Scheiße von dir. Was ist passiert? Oh, oh, oh. Er hat sich... Wow. Wow, was macht der? Lass das Schwein fallen. Ah, gut. Jetzt ist die Perle allerdings unten und wir können die irgendwann mit dem Hovercraft nachholen. Danke, Jade. Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet. Sei ruhig. Du machst mir Hunger. Oh, Mann. Ich bereue schon, dich gerettet zu haben. Ja, wie gesagt, die Perle ist jetzt unten. Die können wir halt irgendwann mal holen. Oh, wir haben noch Post bekommen. Wir haben eine E-Mail von Double H bekommen. Du hast ihn gefunden. Ja. Bemerkenswert. Er sagte, du sollst dir keine Sorgen machen. Er findet den Weg allein. Okay. Wollen wir hoffen... Wir haben eine E-Mail... Ups. Wollen wir das mal hoffen? Ich werde das hier vorne nochmal speichern und dann den Part beenden. Und dann können wir... ähm... äh... hinten links runter. Genau. Dann können wir nämlich dann da, glaube ich, die Sicherung nehmen. Wir müssen einen Weg finden, an diese Perle da heranzukommen. Ja, später. Ich muss das mal speichern jetzt. Ja, gut. Dann, ähm... würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute! Ciao, Leute!